Und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play Deadfall Adventures, mittlerweile Folge 3. Ähm, ja, wo wir hier ein paar, ja, Bösewichte haben. Hier anscheinend der Chef von den Bösen, sein Gehilfe. Ja, ähm, wie ihr es uns sicherlich bemerkt, die Frau, warte mal, wie heißt sie nochmal? Goodwin? Goodwill? Goodwill Hunter? Nein. Ähm, gehört zu uns natürlich. Und ich soll jetzt irgendwas machen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich soll hier irgendwas... Huch, nein, hier komme ich nicht hoch. Ich soll irgendwas irgendwo hinstecken. Was auch immer. Ähm, vielleicht verrät mir ja mein Notizblöckchen was. Huch, ich habe noch keine Schutzkarte im Moment. Wie war denn das? Das war so... Hm. Deadly. Totenkopf spuckt. Was spuckt er denn? Shoot hier. Bööö? 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 Gibt es noch eine Notiz? Was haben wir hier? Hm. Sehe ich gar nichts. Was? Fisch plus Pyramide plus irgendwas anderes. Bööö. Hm. Tja. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Kann ich nicht. Hm. Soll ich irgendwo was hinstecken? Was ist das? Hier kann ich nichts? Kann ich hier? Ach, hier ist was. Moment. Herz ablegen. Oh Gott, was passiert jetzt? Kann ich hier mit dem Maus drücken. Links. Linke Maus drücken. Noch was drücken? Nein. Hä? Was? Ich muss was drücken. Da ist irgendwas. Irgendwas drücken? Nein. Ich muss irgendwas drücken. Und was? Ich glaube, es soll eine Art Form ergeben. Aha. Moment. Wahrscheinlich geht das bloß von da hinten, hm? Ach, hier ist was. Ich drück mal was. Aha. Dann drücke ich mal das. Nochmal drücken. Ich glaube, es soll eine Art Form ergeben. Ich drück's nochmal. Naja, man sieht schon eine leichte Struktur. Ah. Ja, ja, Moment. Moment. Da ist es. Unglaublich. Sternenkonstellationen. Hauptsturmführer, ich glaube, wir können gehen. Gut. Auf Wiedersehen, Quartermain. Nehmen Sie von Herrn Goodwin und verschwinden Sie von hier. Sie müssen hier raus. Hier. Sie werden beides brauchen. Und jetzt laufen Sie. Ich bin Shepard. Stein traut mir. Und das soll so bleiben. Also los. Aha. Okay, Shepard. Oh, ich hab ne Taschenlampe. Ja, schick. Coole Sache. Mal ein bisschen die Augen leuchten. Hey. Ähm, ja. Der gehört dann anscheinend doch zu uns. Quasi so eine Art Spion. Ja. Auf deutscher Seite. In Auftrag von uns. Für uns. Okay. Wo müssen wir denn überhaupt lang? Hier. Oder. Ach du lieber Gott. Das ist so. Moment. Was? Alt? Gedrückt halten? Ach, okay. Alles klar. Man kann mit der Taschenlampe. Wie hast du die Taschenlampe so hell aufleuchten lassen? Hab einfach einen Knopf gedrückt. Was immer das war. Es hat ihm nicht gefallen. Eine Mumie. Nach Jahrtausenden aus ihrem Schlaf erwacht. Vielleicht solltest du deine Meinung zu den Geschichten deines Urgroßvaters überdenken. Vielleicht sollten diese Mumien ihre Entscheidung aufzuwachen überdenken. Genau. Richtig. Böse Mumien. Gut. Tür ist offen. Kann ich denn die Taschenlampe ausmachen? Ah. Alles klar. Das kann ich nicht nehmen. Okay. Folgst du mir? Ja, sehr schön. Boah, das sieht ja richtig cool aus. Sackgasse? Kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine Sackgasse ist. Also irgendwas gibt es hier bestimmt. Schauen wir mal. Müssen wir uns ein bisschen näher unschauen hier. Vielleicht gibt es hier irgendwie ein Secret. Was? Wirklich? Sagt das nicht so laut. Es gibt bestimmt irgendeine Lösung. Oh. Oh Gott, was ist jetzt? Wurde mir in Hilfe. Ich rutsche ab. Was? Wo bist du denn? Nein. Komm. Halt dich fest. Gib mir deine Hand. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wohin? Wohin? Oh Gott. Oh Gott. Wo sind wir denn jetzt? Okay, Moment. Hier haben wir eine Taschenlampe. Wir können sie ja schwächen. So, pass auf. Sie sind auf jeden Fall jetzt geschwächt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schnell weg. Sie sind aber geschwächt. Oh jei, oh jei, oh jei, oh jei. Wo sind jetzt die Deutschen hin? Meine Güte. Und, wie geht es dir? Geht es dir gut? Meine Güte. Was haben wir denn hier? Hallo? Handgranaten? Nehme ich doch mal mit. Na? Hallo? Kann ich nicht mehr hin oder was? Bin ich denn schon voll? Na gut. Oh, hier gibt es. Oh, hier gibt es schöne Waffen. Na komm. Huch. Ah. Jetzt habe ich die Taschenlampe am Maschinengewehr dran gemacht. Das ist natürlich auch praktisch. Was ist das? Eine Pumpgun. Na, ich will aber nicht austauschen. Moment, gegen. Das könnte ich theoretisch mal mitnehmen. Nein, jetzt habe ich das Maschinengewehr weggeschmissen. Ne, das will ich nicht. Ich will das da. Die finde ich besser. So. Ähm. Ja. Hier ist noch irgendwas. Munition wahrscheinlich. Mhm. Schauen wir mal uns erst mal ein bisschen um hier. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Der sieht nicht mehr so gesund aus. Aha. Okay. Was verrät uns denn das Notizblöckchen hier? So. Ähm. Ja. Das ist ja schon die eine Notiz. Die kennen wir. Das kennen wir auch. Aha. Okay. Na gut. Also gehen wir dann jetzt lang. Geradeaus. Hier ist ja nichts mehr, denke ich mal. Zumindest sieht es nicht danach aus, dass da noch irgendwas wäre. Hier ist nichts. Schöne Architektur. Sehr schön. Ja. Dann gehen wir mal da lang, hätte ich gesagt. Hm. Oh, das ruckelt schon wieder. Oh, was haben wir denn da? Was blinkt denn hier? Sieht aus wie eine Sprengladung. Hm. Hier ist nochmal ein Secret. Moment. Ich mach das mal kurz kaputt hier. So. Ich möchte jetzt da mal reinschauen. Kommst du mit? Hallo? Tch. Ist ein bisschen langsam unterwegs hier. So. Ach. Guck mal an. Was ist das denn? Ein Schatz. Was ist das? Oh Gott. Ich muss hier raus. Uff. Ungesund. Hahaha. Fast erstickt. Aha. Okay. Was gibt's denn hier noch? Das ist eine Tür, schätze ich mal. Was? Hier wird geschossen. Moment. Ich drück mal. Ach. Das sind ja schon wieder. Aua. Uah. Verdammt. Siehst du auf mich oder was? Das geht ja mal gar nicht. Aha. Also ich hab nur begrenzte Leistung von der Taschenlampe. Ah. Okay. Ich seh's da unten. Alles klar. Mhm. Und dann muss ich natürlich dann wieder warten. Alles klar. Hier irgendwas. Also die Deutschen, die werden mir nicht helfen. Kann man die kaputt schießen? Ah. Kann man kaputt schießen. Ach. Guck mal an. Was? Irgendwo ist jetzt was aufgegangen. Da kamen die Mumien raus. Uch. Hier ist nichts. Was ist das? Nein. Hier ist auch nichts. Dann gehen wir mal hier lang. Okay. Da kann ja um jede Ecke der Feind warten. Wo bist du denn? Wo bleibst du denn? Schnecke. Hallo? Kommt nicht mit. Warum kommt sie denn nicht mit? Hm. Oh. Ah. Sind wir jetzt oben? Ah. Okay. Alles klar. Bisschen Überblick verschaffen hier. Oh. Die Decke ist auch kaputt. Aha. Hallo? Noch mehr Mumien? Ich könnte wetten, hier ist eine drin. Nein. Nicht. Kann ich nichts durchsuchen? Nein. Ist auch nichts. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie eine Opferstätte. Oh. 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 Hier ist nichts drin. Hier war eine drin. Also quasi eine Mumie, schätze ich mal. Die sind auch noch zu. Hm. Moment. Hier ist was. Kann ich das aufmachen? Nein. Hier kann ich auch nichts machen, ne? Kann ich auch nicht drauf. Okay. Hm. Tja. Hier gibt es anscheinend nichts mehr. Hier komme ich auch nicht rüber, ne? Geht nicht. Hm. Das ist ja nicht gerade befriedigend. Oder warte mal. Ich schaue nochmal kurz. Nein. Und hier? Warte mal. Was ist das denn? Muss ich vielleicht irgendwo drauf schießen? Nein. Ach, die Notizen, die sind schon wirklich teilweise sehr schwierig zu deuten. Hm. Tja. Habe ich vielleicht doch irgendwas übersehen? Ich weiß es nicht. Nein. Hier ist nichts. Hm. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Dann gehen wir mal wieder zurück. Huch. Hoppala. So. Na, da bist du ja. Hallihallo. So. Ähm. Da muss doch irgendwo ein Secret oder irgendwas sein. Das gibt es doch gar nicht. Die Tür ist zu. Da komme ich nicht mehr zurück, ha? Ich glaube, da sind wir sogar hergekommen. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Ne. Wir sind von hier gekommen. Genau. Genau. Was? Hallo? Wer schießt denn hier schon wieder? Ui. Was, 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 was? Was geht hier denn ab? Hallo? Ach, guck mal, da unten. Moment. Nein. Sehe ich nicht. Moment. Vielleicht von hier. Haha. Hab ich dich. Das war Nummer eins. Was? Hier kommen noch mehr. Da unten ist noch einer. Guck mal. Hier ist noch einer. Komm. Was? Hallo? Ich hab dich geschwächt. Jetzt hab ich dich. Komm. Nein, ich krieg den nicht. Moment. Vielleicht. Hopp. Schwächt den. Bam. Der war gut. Der war gut. Für irgendwas müssen ja die Granaten gut sein. Sonst noch was? Hä, wieso gehst du da runter? Hallo? Kannst du nicht einfach hier runter springen? Okay, Moment. Hopp. Okay, geht. Tut nicht weh. Mal es, ähm. Äh? Hallo? Wo bist du denn jetzt hin? Ist hier noch was? Nein. Läuft hier einfach weg? Ne, von hier? Kommen wir von hier? Moment. Ich lauf mal kurz hier hin. Hier ist nämlich noch was. Hier ist noch was. Schau mal. Oh, was ist das denn? Aua, aua, aua. Au. Verdammt. Ach du lieber Gott. Autsch, das tat weh. Hätte ich mir auch denken können, dass es eine Falle ist. Dass man nicht so einfach da hinkommt. Das gibt's ja nicht. Okay, warte mal. Ah. Alles klar. Also wenn ich hier auch da drauf geh, dürfte nichts passieren. Okay. Alles klar. Sehr schön. Was? 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 Nicht gut. Knopf gedrückt und... Okay. Alles klar. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Gerade so mit den Fallen. War nicht so gesund. Okay. Kann man denn die Kisten kaputt machen? Nein. Schade. Wäre schön gewesen. Aufpassen. Also. Muss ein bisschen aufpassen wegen den Fallen hier. Hallo? Ich möchte... Gibt's hier vielleicht auch eine Falle? Ich, 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 ähm... Huch. Ich hab sogar ein Messer. Wenn ich das einmal hier so drücke... Ah. Alles klar. Ich schau jetzt lieber hier nicht, dass ich noch eine Falle reinlaufe. Das wäre nicht so gesund. Was? W-w-wa? Hoppala. Entschuldigung. Äh. Äh. Moment. Oh. Oh Gott. Äh. Ähm. Oh Gott. Moment. Da ist auch... Hier dürfte mir nichts passieren. Hier dürfte auch noch nichts... passieren. Okay. Ein Schatz. Schön. Jetzt muss ich hier wieder zurückkommen. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Is ja gemein. Böse fallen. Was ist das? Schöne Knarren. Aber ich will meine jetzige nicht austauschen. Ich find die einfach nur toll. So. So, ähm, hallo? Jemand zu Hause? Hm. Moment. Moment. Da war doch irgendwas. So, warte mal, da war doch... Da oben? Nein. Hä? Nein, das muss ein anderer Raum sein. Huch. Moment, mach das mal weg hier. So. Was passiert, wenn ich jetzt hier runterspringe? Hoh. Nix. Ah ja. Ich, 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 ähm... Hallo? Kommst du auch? Gehst du mal vor? Ja genau, lauf mal vor. Ich, ähm, dackel hinterher. Ja. Was? Ah, immer dieses Gequitsche. Da denke ich immer, jetzt kommt irgendein Vieh. So. Kann man das runterschießen? Oder? Wo läufst du denn jetzt hin? Ah. Kann man das runterschießen? Nein. Kann man nichts runterschießen? Hallo? Irgendwer hier fallen? Eine Falle. Was? Wo? Die Decke. Was? Sieht nicht gut aus. Sie kommt runter. Hält sie auf, du Idiot. Äh, was? Wie, wie, wie aufhalten? Hier sind ein paar Symbole. Links das Zeichen des Rahms und rechts das andere. Was? Wo? Rechts von dir aus oder von hier? Von hier aus rechts ein Auge. Links ein Kreuz mit einem Kreis oben drauf. Wo denn? Was? Wo? Ach, hier. Moment. Äh. Äh, äh, äh. Moment. Stopp. Ich gucke hier lieber nochmal nach. Äh. Äh, ja, ja, ja. Kein Stress. So. Äh. Äh, äh. Auge. 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 Moment. Auge. Auge. Moment. Auge. Ach, was. Rechts von dir aus oder von mir? Von mir aus rechts ein Auge. Links ein Kreuz mit einem Kreis oben drauf. Ach, hier. Links mit einem Kreis drauf. Auge. Moment. 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 Jetzt. Genau. Genau. Kannst nicht mal. Das darf ja mal nicht wahr sein. Ah, das sind ja echt heftige Rätsel. Ja, ich hätte gesagt, das war's für die Folge. Und, ähm, bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Folge. Und, ähm, sage Tschüss. Euer Rikki Tiki. Macht's gut. Sehr gut. Und, ähm, das wird dorse. Und, ähm, das ist es.